Es bleibt frostig. Am Mittwoch fallen die Temperaturen bereits in den zweistelligen Minusbereich. Wenn sie raus müssen, dann ziehen sie sich warm an. Für alle anderen, die sich jetzt gemütlich und gemiessen, zum Beispiel einen schönen, warmen Tee. Es wird ganz schön eisig. Am Mittwoch klettern die Temperaturen in den frühen Morgenstunden auf bis zu minus 10 Grad. Scheibenkratzen ist somit vorprogrammiert. Im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken bei anhaltenden Minusgraden ab. Auch in der Nacht bleibt es frostig mit Temperaturen zwischen minus 4 und minus 6 Grad. Auch in den nächsten Tagen ändert sich das Bild kaum. Am Donnerstag lässt sich die Sonne nicht blicken und es kann gegebenenfalls zu örtlichem Niederschlag in Form von Schnee kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Am Freitag und am Samstag zeigt sich die Sonne immer wieder einmal, erwärmt die Luft aber nicht wirklich. Die Temperaturen liegen fast immer im Minusbereich. Höchstens am Samstagnachmittag besteht die Chance auf plus 1 Grad.